so holzindustrie verbessern und dann fangen wir an den hier irgendwo hier in der nähe was zu bauen ok hier müssten wir durchdringen irgendwo und ja ich könnte auch irgendwann einen pegasus zum scouten benutzen aber wir machen das einfach so wir gucken wie weit wir vorwärts zu kommen und wenn dann eine seite nicht mehr vorwärts kommt dann nehmen wir die andere seite so meine arbeitslose die baut dann nachher da hinten einen markt du baust am besten hier nun neues vorratslager weil der baum ist auch gleich abgeholzt ich könnte zum beispiel bereits hier vordringen und das hier einreißen mit den paar truppen die ich habe hier auf der seite ist eigentlich ganz okay aus was ich an truppen habe belagerungswaffen ja warum nicht auch meine gold sammler sind auch gerade arbeitslos also daher mehr holz das reiße ich ein wie man sehen kann das sind poseidons gebäude und so weiter da kommen sie mal wieder höhere sichtweite für gebäude wäre eigentlich auch mal nicht schlecht aber erst mal marktplatz und hier definitiv mal mehr hopliten wir haben nämlich wahrscheinlich jetzt gerade ganz schön viele verloren so marktplatz können wir hier bauen hier sieht es auch ganz okay aus hier kriegen wir jetzt holz ja wir bräuchten noch holz um hier den gerade das hier hätte ich gerne endlich mal also sparen wir uns jetzt erstmal holz gold und dings nahrung müssen wir uns auch sparen wobei wir nahrung hier jetzt ziemlich gut kriegen und gold dürften wir auch gleich genug kriegen so wenn ich drei esel einstelle die da immer hin und her pendeln müsste ich genug kriegen ich denke die kosten für den handel mit rohstoffen auf dem marktplatz brauche ich jetzt nicht so unbedingt weil ich kriege eigentlich alles hier recht gut zusammen also nahrung kriege ich unendlich und gold kriege ich jetzt auch unendlich zwar nur immer sechs wenn das wenn der esel hin und her pendelt aber dass sie recht schnell sind die esel so jetzt die verbesserung für alle infanterie einheiten so und dann schon mal ein zwei belagerungs waffen ja das sind schwere hopliden die haben sogar schon die bessere panzerung und alles ja die hier nerven furchtbar so noch einen hiervon und ja die festung können wir dann so einreißen gehen während hier alles den rücken deckt sichtweiten verbesserung die hätte ich eigentlich auch noch gerne der rest ist eigentlich jetzt gar nicht mal so wichtig weil der feind greift irgendwie kaum mit kaum mit infanterie mit kavallerie an so ihr haltet hier alles auf ich schicke zur sicherheit kairon mit so ein bisschen aufpassen so dann kannst du nachher den turm hier einreißen den wachturm komm gib mir noch ein bisschen holz dann kann ich die erweiterung machen jawohl und jetzt warten wir aufs gold genau das wird jetzt ein bisschen dauern aber wir dürften das hinkriegen mit unseren einfachen petropoulos diese festung einzureißen dann können wir hier unten einreißen und so vorwärts kommen und da kannst du es braucht dringend noch mehr männer aber im augenblick muss ich mir das gold sparen gibt es was was nahrung und holz kostet noch das kostet das gold das kostet nahrung ja das könnte ich machen und ja jetzt sehen wir schon mal viel weiter daran habe ich jetzt nicht gedacht dass hier milizsoldaten rauskommen na gut dann müssen wir den halt ersetzen haben wir jetzt erstmal die milizsoldaten loswerden weil ich glaube kairon kommt gegen so viele alleine nicht an ah ja wir haben genug gold also verbessern ja das würde ich eigentlich auch machen so verbessern wir mal also einmal hier falls das jetzt zieht euch mal ein bisschen zurück damit meine türmchen auch mit schießen können so jetzt müsst ihr mal voran schreiten ajax retten und so ok einen neuen petropoulos hier und die kasernen mal weg die nerven nämlich nur ja hier unten geht voll die luci ab äh nein du sollst das hier angreifen bitte wir sollten am besten alle das hier angreifen ach da ist athene mal wieder ne das bringt nicht wirklich was so jetzt können wir elite einhalten sehr schön und wir brauchen schmiede der götter genau kostet sehr viel kunst aber wow ok rückzug rückzug und mehr truppen mehr gold das ist jetzt schlecht wir haben nicht mehr sehr viel gold und wir haben auch nicht mehr sehr viel truppen ich glaube die sollten sich erst einmal ihre zähne an meiner befestigung ausbeißen so geschwärigkeit von karawanen erhöhen das ist eine gute idee so dafür brauche ich viel mehr gold und gold abbau können kann ich sogar verbessern da ist meine mauer weg gegangen das heißt ich muss hier ein bisschen reparaturen zu leisten so erhöht die reichweite und angestellt von belagungswaffen besonders gegen welle rostagmann rostagmann fulome könnte ich demnächst erforschen will ich aber nicht ich will erst mal meine einheiten verbessern rostagmann und dann muss ich erst wieder mehr truppen ausheben weil der angriff jetzt gerade eben hat mich ziemlich viel gekostet ja und die spiele der götter muss ich auch immer noch ah nebenbei das könnte ich jetzt mal machen so jetzt kriege ich hier wenigstens stetig ressourcen aber ich habe keine gold sammler mehr das wird jetzt ekelhaft hier wollte einer durchdringen tja das problem ist ich brauche für alles gold jetzt ich könnte eigentlich fast schon hier oben eine festung hinsetzen und dann kann die hier runter ballern so meine verteidigung hier sieht jetzt ein bisschen komisch aus aber das ist egal so ich kriege gold ich kriege gold das heißt erstmal konzentriere ich mich hier auf den angriff nein erstmal konzentriere ich mich auf verbesserungen so war das genau das ist am wichtigsten dass ich schnell an gold komme beziehungsweise dass ich jetzt die verbesserung hier erforsche und dann das hier fast alles nichts mehr kostet und mit der ganzen nahrung die ich hätte könnte ich auch mal was anfangen ich könnte sie verkaufen dafür sollte ich aber wirklich die preise verbessern weil ich habe viel zu viel nahrung und holz und kaum gold obwohl für die nahrung könnte ich die ausbildungszeit ja und holz könnte ich die ausbildungszeit von einheiten verbessern für noch mehr holz könnte ich meine kolosse verbessern weil ein zwei kolosse zu haben auf der seite wäre nicht schlecht dann bräuchten wir die belagerungswaffen wenigstens hier drüben nicht mehr und ja das kostet alles so unglaublich wenig dass es mich schon freut wie wenig das kostet und mir fällt gerade so auf ich könnte noch helden ausbilden so da ajax in der unterzahl ist kriegt er mal die beiden helden und der ist mir zu teuer gut ja so kann eigentlich fast nichts egal so ich kann jetzt 200 einheiten nahrung für ein bisschen gold verkaufen so jetzt muss ich mich aber erst mal darauf konzentrieren auf dieser seite besser zu werden dann verbessern wir mal den koloss weiter geben die beiden sachen noch in auftrag gucken mal was wir so haben ein paar hopliten werden nicht schlecht auf der seite hier und auch gleich ein koloss hinterher das können wir auch mal machen auch wenn es uns nicht viel bringt so so hier oben ist gerade wirklich alles zum glück recht ruhig ein paar toxoten wir haben nämlich nur vier stück und ein paar hopliten hier oben auch noch so leider können wir auch unsere bevölkerung nicht mehr verbessern wir können uns jetzt hier höchstens auf den weg machen mit sehr guten truppen eigentlich und erst mal hier die beiden türme einreißen dann können müssen wir uns überlegen ob wir da oben lang gehen oder ja die verbesserung könnten wir noch machen wo 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 wo